eine Extrazone und das hier und dann nochmal das so so und erweitern erweitern wir hier rot noch so das ist ja auch eine Zone die eine Hälfte ist so und die andere Hälfte ist grün und die andere Hälfte ist grün so 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 ja passt alles wunderbar schon wir kommen hier mehr Geld und oi gesamter Finanzwert und 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 so noch als zunehmen wir lassen das so wo sie wieder zu übernommen für die hoch so das dreck was kein schwein verlaucht machen wir hier einfach mal so eiskalt ich möchte eigentlich euch nur das spiel ein bisschen näher bringen wir schaffen das schon jetzt werden wir sagen und dann machen wir hier einfach die nächste rutsche das muss ich dann nunmehr unterteilen in eine war keine ahnung wie unterteile ich das denn am besten also das hier wird eine fange ich jetzt glaube ich am besten mit der an oder nee ich fange jetzt mal hier an zwar geht es jetzt da rein und geht hier entlang das ist ein bisschen groß sagst du ok warte zweiter versuch da ist die hier eine ja ok das passt dann einigermaßen dann da dann da dann da dann da oder wir unterteilen das auch noch mal und dann hier oben komplett lang das ist dann ich hier das obere abdecken dann hier noch eine zweite tumor mit hier unten so in etwa so dann haben wir hier oben schon mal so gut wie alles abgedeckt so so ist jetzt die letzte da die wird mir jetzt nicht so weil dann lass doch lieber da und da noch eine machen so der fährt dann zurück soll ich dann dafür kleine linie machen weil ich stopp hier mal lieber so dann kommen wir hier mit den Nächten so 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 äh muss ich selber mal nachdenken ja passt in etwa so Linie neue Linie hinzufügen nehmen wir mal das hier vorne noch keiner Linie zugewiesen ja man muss halt jetzt so nur 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 1 nein und jetzt gucken ja das hier da 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 das da das da das da das da das das war's das war's das ist eine stunden so wochenende kein Schwein die nacht braucht braucht auch keine so wir wollen mal gucken 6 Uhr 30 um 7 Uhr und dann muss um 7 Uhr 3 sie noch einer wohnen so da abends das 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 Vielen Dank.